Von einer lieben Kollegin, was soll ich denn da sagen? Ja, ein Wunsch über unsere liebe Kollegin. Das ist doch das Stichwort, für die die Wünsche eingegangen sind, die jetzt gleich singt. Ach so. Bringst du mich ganz durcheinander? Nein, nein, also für Vicky Leandros. Vicky Leandros? Ach, das ist dein Stichwort. Das ist quasi mein Stichwort. Und ich hätte dann drauf geantwortet, sodass es für dich passt. Was? Aber in Wirklichkeit sage ich, es tut mir leid. Es geht nicht um Vicky Leandros, obwohl wir sie beide sehr verehren. Ja, aber du hast ja die Wünsche mitgebracht. Nein, das war nur, das ist das, was du denkst. Das ist das, was im Ablauf steht. Ja. Das ist das, was wir geprobt haben. Aber es ist ja zur Tradition geworden, auch, dass in deiner letzten Sendung des Jahres immer etwas anders läuft. Ein bisschen anders als geplant. Und so ist das auch heute. Ja, wir haben das heute. Und ich freue mich, hier zu sitzen. Du hast gerade gesagt, wir saßen in diesem Sommer einige Male hier und haben Wünsche erfüllt. Das mache ich auch heute. Aber heute geht es um einen ganz, ganz besonderen Wunsch. Um einen einzigen. Der kommt von mir. Der kommt von deinem Team, von deinem fassastischen Team, das hier nass herumläuft, durch die Pfützen alles schleppt. Dieser Wunsch kommt von deinen Gästen, von deinem Publikum. Und es ist der Wunsch, dir Danke zu sagen für 16 Sendungen in einem Jahr 2020 unter den schwersten Bedingungen, die man dir nur bieten konnte, ohne dein geliebtes Publikum hier in der Arena. Und ich sage Dankeschön im Namen aller für 16 Jahre immer wieder sonntags. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Danke, danke, danke. Das war uns allen jetzt ein ganz großer Wunsch, dir das zu sagen. Ich würde dich jetzt so gern drücken, aber... Schau her, ich drück dich. Warte mal. Genau, warte mal. Und das bist du. Wunderbar. Wunderbar. So, sehr schön. Also, und dann saßen wir hier und haben immer eine Videolive-Schalte gemacht zu jemandem, der sich was gewünscht hat. So auch bei den Proben. So auch bei den Proben. Und das machen wir heute auch. Aber es wünscht sich niemand ein Lied, sondern es wünscht sich jemand, dir auch Dankeschön zu sagen. Und wenn alles klappt, technisch, dann bin ich jetzt gleich mit zwei ganz lieben Menschen verbunden, die du sehr gerne magst, die dich sehr gerne mögen, die dir ein Kompliment machen möchten, die dich bewundern, weil du seit 16 Jahren deinen Sommer am Wochenende opferst, um hier für die Leute da zu sein. Ich schalte jetzt, glaube ich, nach Mallorca. Ja, Daniela Katzenberger und unser Cordalis. Servus. 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 Ihr auf Mallorca. Stefan. Ja. Stefan, mein lieber. Ich höre. Bei uns ist das Wetter ein bisschen besser. Ihr dürft neidisch sein. Ich wollte es nicht ansprechen. Ich wollte sagen, ihr seid deswegen drinnen, weil es draußen noch mehr schüttet als bei uns. Aber nein, das ist nicht so. Aber es geht heute nicht um das Wetter, sondern um dich, mein lieber Stefan. Du hast dieses Jahr eine fantastische Staffel immer wieder sonntags hingelegt. Dafür absolute Gratulation von uns hier aus Mallorca. Vielen, vielen Dank. Und wie wir ja alle wissen, war es dieses Jahr unter ganz besonderen Umständen. Und das hast du grandios gemacht. Dafür hast du unsere ganze Bewunderung. Und wir sind auch ehrlich gesagt sehr stolz auf dich. Denn ein Künstler wie du, der von seinem Publikum lebt, der aufblüht mit seinem Publikum und es dann trotzdem hinzubekommen, ohne das Live-Publikum vor Ort, ist eine fantastische Leistung und dafür echt unseren Respekt und Hochachtung. Ja, auch von mir. Also riesen Respekt, ganz toll gemacht. Aber lieber Stefan, es war in anderer Hinsicht ein ganz besonderes Jahr für dich. Wir durften nämlich bei deiner Hochzeit dabei sein, auch die Zuschauer. Es war wirklich so, so schön. Und ja, ich wünsche dir und der Carina alles, alles Liebe. Kommt gut durch diese ganz seltsame Zeit. Ihr macht das wirklich super. Verwöhnt uns weiter mit dieser tollen Musik. Und ich glaube, jetzt nimmt der Andi wieder. Der führt dich nämlich in die Mitte der Arena. Da wartet nämlich eine weitere Überraschung für dich. Genau so ist es. Genau so ist es. Wir schieben euch ganz liebe Grüße. Vielen Dank, dass das geklappt hat jetzt gerade. Vielen Dank. Dann sind es auch ein Applaus. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Ja, es stimmt, es geht weiter. Es gibt ja viel, viel mehr deiner Kollegen, deiner Freunde, die dir Dankes sagen wollen, die dir auf die Schulter klopfen wollen. In diesem Jahr hat ja sehr viel zu Hause stattgefunden. Und deswegen würde ich dich jetzt bitten, mit mir in die Mitte der Arena zu gehen. Ja. Wir haben da noch eine Überraschung. Und auf diesem langen Weg für mich, ich mache ja doppelt so viele Schritte wie du, möchte ich dir sagen, was ich mir nebenbei noch wünsche. Ich wünsche mir für dich, dass du nächstes Jahr, wenn du in diese Arena kommst, dann möchte ich das rundherum 13.458 Milliarden Menschen hier zujubeln und dich feiern, weil du dieses Jahr so, da ist unsere Position. Wir haben natürlich nicht geprobt, deswegen hat man uns das hier hingeklebt, sodass sogar ich das sehen kann. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, aber dieses Jahr ist noch nicht zu Ende, diese Sendung ist noch nicht zu Ende. Und alle Kolleginnen und Kollegen, wir haben 18 Menschen gefunden, die gesagt haben, ich will unbedingt dabei sein. Die singen jetzt für dich das, was wir dir eigentlich sagen wollten. Und weil es nicht mehr Strophen gibt oder Sätze als 18, haben wir 18 Kollegen gebeten und ausgesucht, die für dich jetzt ein Lied singen, das es nicht auf Platte gibt. Dass es nicht zu kaufen gibt, dass es nie wieder geben wird, sondern nur jetzt in diesem Augenblick für dich. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, für Stefan. So, die Schalte hat geklappt. Ja. Du bist der Größte, du bist der Beste und kein Stich so gut, die blaue Beste. Du bist in jedem Stall, das Beste und kein Stich so gut. Drum lieben alle den Stefan Mox. Jeden Sonntag freuen wir uns darüber, dass du morgens mit uns Kaffee trinkst. Fernsehen tun wir mit dir umso lieber, weil du uns die gute Laune bringst. Keiner kann wie du mit Kindern lachen, keiner nimmt dir irgendetwas krumm. Keiner kann so herrlich Blödsinn machen, keiner liebt so sehr sein Publikum. Du bist der Größte, du bist der Beste und kein Stich so gut, die blaue Beste. Beste. Du bist in jedem Stall, das Beste Rost. Drum lieben alle den Stefan Mox. Wenn du da bist, scheint für uns die Sonne. Wenn du strahlst, dann wird uns Herz und zwar. Wenn du siehst, dann ist es eine Wanne. Unerreichbar ist ein Bayern-Charme. Keiner kann wie du so locker scherzen. Unser Herz eroberst du im Sturm und ganz tief sitzt du in unseren Herzen. Und dein bester Kumpel ist dein Wurm. Du bist der Größte, du bist der Beste und keinem steht so gut, die blaue Beste. Du bist im Lebenstall, das Beste Rost. Drum lieben alle den Stefan Mox. Sehr unfassbar. Boah. Sehr un-unfassbar. Danke, 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 danke. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was ich sagen kann. Ich kann mich nur bedanken, werte Zuschauer, werte Kollegen. Lieber Andi, meine werte Redaktion. Wir haben sogar LED in der immer wieder Sonntagsrede stehen. War auch immer ein großer Wunsch. Ich kann mich nur bedanken und auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, zu Hause für einen außergewöhnlichen Sommer. Wir haben wirklich das Beste daraus gemacht. Andi, komm her. Du weißt es ja selber, wie schwer es ist, ohne unser geliebtes Publikum zu arbeiten. Natürlich, da braucht man nicht reden. Und da überhaupt. Ich bin schon gespannt, wie du das deiner Anna erklärst, dass das jetzt euer neuer Fernseher zu Hause ist. Sehr, sehr schön. Ja, und es ist ja so, dass man ja quasi Energie abgibt an sein Publikum. Ob das hier 2500 begeisterte Menschen sind bei unseren Konzerten. Und du kriegst dich zurück, natürlich. Man kriegt die Energie zurück. Es ist in dem Fall so schwierig. Aber in dem Fall habe ich so viel zurückbekommen von meinem Team. Wir haben alle fest durchgestanden. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei meinen Leuten hinter den Kameras, vor den Kulissen, bei meinen Kollegen ganz, ganz herzlich bedanken. Schön, dass wir diesen Sommer, wie man auch so schön sagt, Neudeutsch gerockt haben. Dass wir den Sonntagvormittag mit Herz so professionell für Sie, liebe Zuschauer zu Hause, auch ohne Publikum präsentieren durften. Danke, 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 danke. Einen ganz, ganz großen Kuss. Sehr gerne. So. Und jetzt geht es wieder so weiter, wie du es weißt. Ach so, da machen wir jetzt so weiter. Mit den Kollegen aus Südtirol. Aber du wirst heute für uns auch noch singen, hoffentlich, ne? Ich glaube, das geht jetzt nicht mehr aus. Wir haben so überzogen und dieser Bildschirm ist so groß, der sprengt jeden Zeitrahmen. Die Zeit nehmen wir uns heute. Und ich bedanke mich auch, dass diese Kollegen in den letzten Sendungen... Entschuldige, wenn ich mich unterbreche. Ich sing noch was, aber nur, wenn du mitsingst. Abgemacht. Abgemacht. Weiter. Gut.